hallo meine lieben freunde meines kanals schön dass ihr bei diesem info video wieder eingeschaltet hat heute geht es mal um das thema allgemein um den finanzmarkt was ist was eigentlich genau wie funktioniert trading an der börse und was ist das genau trading an der börse ist eine form des investments bei der anleger wertpapiere wie aktien anleihen optionen futures und andere finanzinstrumente kaufen und verkaufen um gewinne zu erzielen es ist eine der ältesten formen des investierens die es gibt und es ist eine der beliebtesten arten geld zu verdienen trading an der börse ist ein sehr komplexer prozess der viel fachwissen und erfahrungen erfordert um erfolgreich zu sein müssen anleger die aktuellen marktbedingungen die kursbewegungen und die technischen indikatoren verstehen die sie bei der entscheidungsfindung unterstützen anleger müssen auch in der lage sein die richtigen entscheidungen zu treffen um gewinne zu erzielen es gibt verschiedene arten von trading an der börse einige der beliebtesten sind day trading swing trading positionstrading und scalping day trading beinhaltet den kauf und verkauf von wertpapieren über einen längeren zeitraum während positionstrading den kauf und verkauf von wertpapieren über einen längeren zeitraum beinhaltet scalping beinhaltet den kauf und verkauf von wertpapieren innerhalb eines sehr kurzen zeitraums um erfolgreich zu sein müssen anleger ein verständnis für die märkte und kursbewegungen und die technischen indikatoren haben sie müssen auch in der lage sein die richtigen entscheidungen zu treffen um gewinne zu erzielen daher ist es wichtig dass anleger ein sehr gutes verständnis für die märkte und die technischen indikatoren haben bevor sie den in den handel einsteigen trading an der bürse kann eine sehr lukrative möglichkeit sein geld zu verdienen aber es ist auch sehr riskant daher ist es wichtig dass anleger ein gutes verständnis für die märkte und die technischen indikatoren haben bevor sie in den handel einsteigen sie müssen auch ein risikomanagement system haben um sicherzustellen dass sie nicht mehr geld verlieren als sie sich leisten können trading an der börse ist eine sehr komplexe und risikoreiche art des investments aber es kann auch sehr lukrativ sein wie hoch ist die gefahr sein geld an der börse zu verlieren die gefahr an der börse geld zu verlieren ist sehr hoch es ist eine riskante investition die nicht für jeden geeignet ist es wichtig zu verstehen dass investitionen an der börse ein hohes risiko beinhalten da der kurs der aktien und andere wertpapiere stark schwanken können es ist wichtig sich der risiken bewusst zu sein bevor man an der börse investiert es ist extrem ratsam sich vorher mit den verschiedenen arten von investitionen zu beschäftigen und sich über die verschiedenen risiken auch ebenfalls zu informieren außerdem ist es wichtig einen finanzberater zu konsultieren der einem helfen kann die richtigen entscheidungen zu treffen es ist auch wichtig ein risikomanagement zu betreiben um das risiko zu minimieren dazu gehören gehört dass man nicht mehr geld investiert als man sich eben leisten kann zu verlieren es ist auch wichtig dass man eine strategie hat um gewinne zu maximieren und verluste zu minimieren trotz aller vorsichtsmaßnahmen ist es immer noch möglich an der börse geld zu verlieren daher ist es wichtig dass man sich der risiken bewusst ist und sich nicht zu sehr auf die investitionen verlässt man sollte nicht mehr investieren als man sich leisten kann zu verlieren und sich immer an seine strategie halten was ist ein online broker genau und was sind seine aufgaben ein online broker ist ein finanzdienstleister der investoren bei der ausführung von transaktionen auf dem finanzmarkt unterstützt sie bieten eine plattform über die investoren wertpapiere aktien optionen futures und andere finanzinstrumente kaufen und verkaufen können online broker sind in der regel günstiger als traditionelle broker da sie eine weniger kosten für personalkosten und büroräume haben und sich auf die entwicklung und den betrieb der online plattformen konzentrieren können die aufgabe eines online brokers besteht darin investoren dabei zu unterstützen ihre ziele zu erreichen dazu gehört zum beispiel investoren bei der auswahl von anlage möglichkeiten zu unterstützen die ihren zielen und risikotoleranz entsprechen online broker stellen auch eine plattform zur verfügung die über die investoren schnell und effizient mit den finanzmärkten handeln können sie bieten auch eine reihe von zusätzlichen dienstleistungen wie marktanalysen portfolio tracking in investment fonds und andere dienstleistungen an die investoren bei der verwaltung ihrer finanzen unterstützen außerdem bieten viele online broker auch handelswerkzeuge an mit denen investoren die märkte analysieren und beobachten können um bessere entscheidungen treffen zu können online broker können dabei helfen risiken zu verringern indem sie investoren bei der auswahl von finanzinstrumenten die ihrem risikoprofil entsprechend unterstützen insgesamt bieten online broker eine breite palette von dienstleistungen die investoren bei der entscheidung ihrer investitionsziele unterstützen können sie bieten eine bequeme und effiziente plattform über die investoren handeln können und sie bieten auch eine reihe von dienstleistungen die investoren bei der verwaltung ihrer finanzen unterstützen worauf muss ich bei der suche nach einem broker für online handel achten ein online broker ist ein unternehmen das es seinen kunden ermöglicht anhand seiner online plattform in wertpapiere aktien devisen optionen und andere finanzinstrumente zu investieren online broker bieten in der regel günstigere gebühren als traditionelle banken aber es ist wichtig dass man sich vor der wahl eines brokers die zeit nimmt um zu verstehen welcher die beste wahl für seine persönlichen investitionsziele ist der erste schritt bei der suche nach einem online broker ist sicherzustellen dass er seine lizenz von einer angesehenen finanzaufsichtsbehörde wie der security and exchange commission also sec oder der financial in das tree regulation aus ich kann es nicht aussprechen also die finra erhalten hat wie zum beispiel auch in deutschland die bafin die bafin allerdings reguliert keine kryptowährung allerdings ist es schon mal ganz gut zu wissen dass wenn man hier in deutschland einen broker sucht und dass die bafin definitiv über diese firma bescheid wissen muss und dass man den broker auch mit einer id bei der bafin raussuchen kann das heißt der broker ist bei der bafin registriert und bekannt diese lizenz ist ein wichtiger hinweis darauf dass der broker strengen strengen regeln befolgt und seine kunden vor betrug schützt der nächste schritt bei der suche nach dem richtigen online broker ist sicherzustellen dass dieser den gewünschten handel unterstützt es ist wichtig dass der broker die gewünschten finanzinstrumente anbietet und dass er seinen kunden auch den zugriff auf die wichtigsten internationalen märkte ermöglicht es ist auch wichtig sich die gebührenstruktur des brokers anzusehen um zu sehen ob er mit den wettbewerb wettbewerbsbrokern konkurriert zu den gebühren die er bei der auswahl eines brokers berücksichtigt werden müssen gehören handelsgebühren kontogebühren und für den zugang zu speziellen märkten gebühren für weitere dienstleistungen für manche anleger ist es auch wichtig die gebührenstruktur des brokers zu verstehen bevor sie eine investition tätigen außerdem ist es auch wichtig dass der broker eine benutzerfreundliche und intuitiv zu bedienende handelsplattform bietet ein guter broker bietet auch eine breite palette an tools und funktionen die es dem anleger ermöglicht den markt zu verfolgen und fundierte investments entscheidungen zu treffen zu können schließlich ist es wichtig dass der broker einen kundenservice anbietet also telefonisch auch per e mail oder über sonstige wege zu erreichen ist ein guter broker sollte ein team von erfahrenen mitarbeitern haben dass seinen kunden bei fragen und problemen immer hilfreich zur seite steht genau das was wir hier in den videos eigentlich nie zu ohren bekommen meistens findet man hier in den videos ja nur gestammel und gestotter von denen ja professionellen brokern das video hier soll natürlich keine anleitung sein wie man beim handelsmarkt einsteigen kann oder sollte das ist definitiv ja nicht dazu gedacht sondern einfach nur mal um grob anzureißen und zu verstehen mit was wir es hier eigentlich nun jeden tag zu tun haben ich habe vorher auch nie gedacht dass ich da mit mich mal beschäftigen muss aber es macht schon sinn so ein kleines bisschen zu verstehen was hier eigentlich in den videos behandelt wird es ist natürlich immer lustig zuzuhören und was die da so von sich stammeln und man weiß natürlich auch dass das betrug ist was wir hier auf dem kanal hören doch naja ohne hintergrundwissen bei der masse wie die jetzt hier anrufen ist es dann doch irgendwann sehr fadenscheinig ist einfach mal ein thema was ich anreißen wollte dass man wenigstens ein paar kleine stichpunkte doch handfester gehört hat worum es hier eigentlich beim finanzmarkt überhaupt geht ich hoffe dass ich euch mit diesem info video wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte informiert gerne alle in eurer g umgebung wie das ganze mit den online brokern so funktioniert falls sich dafür jemand interessiert umso mehr menschen wir darüber aufklären umso weniger menschen werden auf komische seiten hereinfallen halt gerne meine videos wenn euch das video gefallen hat schaut auch gerne noch in die playlist die seht ihr jetzt gebt dem video einen daumen nach oben und abonniert den kanal wenn ihr auch in zukunft keine weiteren videos mehr verpassen möchtet am besten gleich mit glocke denn dann gibt es auch immer eine kleine information wenn es was neues auf dem kanal gibt ich bedanke mich für deine aufmerksamkeit die welt ist böse passt auf euch auf bis zum nächsten mal tschau tschau